Okay, ich habe geschaut und hier gibt es eine Abzweiler anscheinend, also ich gehe mal an, vielleicht das hier, ich bin aber keine Ahnung. So. Well... Freunde sollten sich auch auf die anderen schauen. Anyway... Please, help me empty out one of these boxes. Kairagi? Wait a second! This sounds like Shinobu trying to scare me out of hiding! Hmm... Even if it's not, I still feel like I'd rather face a bunch of Kairagi than an angry Shinobu. I ran so far this time, Shinobu's gonna be furious with me. Yeah, I think I'd better stay in hiding for a while. Thanks. Akari versuchte in die Kiste zu gelangen. Why is there so much stuff in here? It's so cramped! Ah, shoot, there goes the Flyers! Ah... Ah... I finally made it. But now there are Flyers everywhere! Well, I can't do anything about it now. Can you go back and see what Shinobu's up to? I need to figure out how long I need to lie low before she calms down. Okay. Okay. Then we've already been on a different path. Okay, okay. Then we've already been on a different path. Let's see what Kuki has to say about it. Let's see what Kuki has to say about it. And... Yeah, she's right there. Hello! Hello! Uh-oh. 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 Nevermind. Let's go! Das wird nicht enden. Wahrscheinlich. Jetzt stehen wahrscheinlich die Karigari da... Oh. Oder die Kisten sind weg. Das ist sehr gut. Ist das der Ort? Keine Boxen, und ein ganzes Bisschen. Wir sind hier gerade zu früh. Sie haben nicht lange geblieben. Und mit den Bewerbungen, die sie unterhalten haben, können sie nicht weit gingen. Okay, da hinten. Mhm, da. Ich glaube, ich habe sie geholt. Da sind sie. Da 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 da. Schleichen wir uns an? Hm? Du kleine Brat! Wo sind die Bewerbungen? Was hast du mit ihnen getan? Ähm, ich denke, sie haben wahrscheinlich... in der See? Du Idiot! Du verbringst alles! Und du verbringst diese Hiddeos-Flyer über die Boxen! Was hast du uns für? Nichts! Ich meine... Ich meine... Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Unsere Bewerbungen nicht weitergehen können. Du wirst das Geld verdienen. Ah! W-w-w-wait! Du besser nicht mit mir. Ich bin... Ich bin von der Aratake-Gang. Kommt wieder? Der Aratake-Gang! Ich habe es nie gehört. Du willst nicht auf der falsche Seite von meinem Chef. Auch der General der Schogunen-Armee nicht erinnert ihn. Und Shinobu, auch. Sie hat alle Verbände in Inazuma und Liyue. Und... Und... Du bist hier! Und Shinobu... Hm. Du bist das Shinobu, was du mit ihm sprechen? Ich weiß nicht, ob ich ein Wort das kleine Brat sagt. Also, sagst mir das. Wenn du wirklich so großartig bist, warum gehst du mit diesem niemandem? In der Aratake-Gang, niemandem ist niemandem. Listen und lernen. Gang By-Laws, Artikel 3. Wenn einer von uns ist in trouble, alle von uns kommen zu ihrem Hilfe. By-Laws? Haben wir sogar diese? Wir machen jetzt. Hm. Du hast es gefragt. Shinobu, schau dir! Ja, wala. Let's go! Hopp! Warum ist sie so schwach? Zu probieren. Levin 88. Äh, wir haben verwohlen ihr Schwert. Autofaktor sind die ganz normalen Basic da. C3. Trend 8118. Und die und sonst neun. Okay. So. Okay. Ui. Leck. Wer ist leck grad? Jesus. Ich hoffe, es gehts, weil Slack wird grad schön. Okay, es geht aber um den Damage. Oh ja, ui, ui, ui. Da ist er grad schön gedrückt. Äh, ja. Oh, voilà. Huh? Fatui? Nein! Who are you? Akira, what have you gotten into? I... I didn't know they were gonna kill them to the Fatui. Und tschüss. Oh, noch nicht. Voila. Ui. Ah. 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 I thought I was a goner for sure. So these Kairagi were just pawns of the Fatui. Didn't see that coming. If we pass this information to the Tenryo Commission, it might go a long way towards making up for our past crimes. Huh? Shinobu? You mean... I did something good this time? Hm. In terms of the result, yes. Ah. That was a close call. However... In terms of the process, you're a member of the Arataki Gang, and you're out of breath just from fighting a handful of Kairagi and Fatui. Making up for our past crimes is one thing, but you really need some more hands-on training. Sh... Shinobu? Shinobu, no! Help! Pong! Man kann das nicht vermeiden. Die wütende Shinobu ist sogar furchterregender als die Keregari und die... Kere... 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 Ich habe nie gesehen, dass sie so schnell gehen. Von allen Dingen, wo sie eine Szene hatten, mussten sie die Schreine nehmen. Ich glaube, ich muss es auf die Schreine nehmen und gehen. Es ist nicht, dass ich jemanden da nicht weiß. Es ist einfach... Okay, gut. Wahrscheinlich wird es besser mit dir mit dir da. Je schneller das ist, desto besser. Ich will nicht einen Sekunden mehr auf diesem Ort, als ich muss. Anyway, danke, dass du mit mir kommst. Komm und schau mal. Wie sie ihre Mutter probiert hat, sie zu einer Jugendfahrer zu machen. Und ja, deswegen hat sie wahrscheinlich nicht gerade so gute Erinnerungen. Wahrscheinlich steht daran und will den Schreien so gut wie vermeiden. Servus, Miko. Wie geht's denn so? Ich habe mir auch schon eine Zeit nicht mehr gesehen. Well, hello there, little one. Oh, ich sehe, du hast einen besonderen Gast gebracht. Ahem. Lady Guji, ich bin hier zu entspringen auf der Arataki-Gang. Wir werden alle fliegelen und schreien die Schreine verwendet werden. Ich hoffe, Lady Guji kann sie verabschieden sein. Hm, das ist warum du hier bist. Ja, das ist eine schwierige Situation. Das ist die Grand Narukami Schreine, nachher. Ultimately, ihre Aktionen hier sind zu entspringen der Shogun selbst. Also, wie geht's das? Ich habe bereits eine Schreine Maiden für Ihre kleine Fliegel. Also, in diesem Moment, wir sind ein bisschen unterstaffed bei der Schreine. Du hast erwähnt, Appropriate Compensation. Vielleicht kannst du in für diese Schreine Maiden und grüßt die Besucher für den Tag, hm? Ich bin Angst, ich muss zu retten. Oh? Such eine hastige Refusale. Du glaubst, das ist wahr? Goodness. Wer weiß, was Tenshukaku würde das machen, wenn sie über das gehört haben? Ich kann es nicht glauben. Ich bin Angst, dass sie nicht verletzt werden. Oh, mein Gott. Du glaubst mir nicht? Ich bin Herzchforscht. Sie sind beide unmöglich. Geh, dann. Geh, dann. Geh, die Hand zu der Schreine Maiden in charge von der Fliegel. Du kannst es dir in deinem Weg. Geh, dann alle Fliegel und das wird das Ende. Ist das genug für dich? Ich verstehe. Das scheint aus dem Charakter für sie. Aber trotzdem, die Fliegel muss sich die Arataki-Gang verletzt sein. Auch wenn es ein Problem ist, es kann nicht so schlecht sein als eine Schreine Maiden für den Tag. Danke, dass ich mich mit mir so weit entfernt. Du kannst mir die resten lassen. Wir haben eine Verbindung? Dann, keine Beantwortung jetzt. Die Schreine Maiden die Schreine tasked mit cleaningen ist, ist einfach außerhalb der Schreine. Du kennst sie, wenn du siehst. Sie ist deine Schreine, auf jeden Fall. Miyuki? Wir lassen uns da, dann? Wir arbeiten jetzt. Nein, du kennst sie? Hm, also sie hat mich noch am Ende. Ich liebe es, dass ich das machen muss, aber bitte, bleib mit mir ein bisschen länger. Auch, wie gerade jetzt, dein Hauptgeber der Arataki-Gang. Ich bin sorry, es ist einfach... Es ist alles ein bisschen kompliziert. Ach, komm mal, wir gehen raus und finden sie. Okay, das heißt, wir hätten entweder Gäste empfangen als Schreinjugend, oder jetzt halt... äh... wir müssen uns zusammen aufräumen mit der Schwester von Cookie... Miyuki. Oh. Der hier, okay. ... ... ... ... ... Ahem. Miyuki, es ist schon lange. Shinobu, du... 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 du hast endlich entschieden, um zurück. Entschuldigung, nein. Ich bin hier für andere Gründe. Oh, wirklich? Die ganze Familie ist Angst über dich. Sie vielleicht nicht immer sagen das Richtige, aber tief in die Hälfte... Ich bin gut, und es gibt keine Lust, um mich zu beschäftigen. Da, einfach sagen sie das. Was? Ich werde mehr zu gehen, als das. Was ist das, was ich von den Visiten gehört habe? Dass du eine Art der Gang, seitdem du von Liyue gehst? Das ist nicht das Schlimmste der Räume, oder? Wie möglich, wie es so aussieht, ich muss fragen. Shinobu, hast du das getrachtet, oder was? Ich war gerade, um dich zu holen, auf diese Seite. Wie passiert, die Gang, ich arbeite für... ist eigentlich eine legittimative, internationale Organisation. Wirklich? Ahem. Unsere Organisation bringt zusammen die brightesten Talenten von all over der Welt. Including this Traveller, für instance. Ein prominenter Figur in both Mondstadt und Liyue, die uns vor kurzem als unsere Chief Advisor hat. Wait. Lady Yai, ich sagte etwas über einen Traveller-Renowned Welt. Also, das ist du? Das ist richtig. Eine große Sache, warum ich all den Weg nach Liyue war, war für die Möglichkeit, um Kontext zu entwickeln mit diesen prominenten Menschen. Ich verstehe. Das macht Sinn. So, was ist die Name dieser Organisation? Uh, die Aratake Gang. Huh. Die Aratake Gang? Ich glaube, ich habe das Name schon gehört. Wait. Das ist die Name auf diese Flieger. Ahem. Ich kann erklären. Das war alles wegen einer Marketing-Kampagne-Gone-Wrong. Wir kamen zu den Schrein heute, um die Misunderstand zu machen. Ahem. Unsere Organisation ist relativt neu zu Inazuma. Und eine recurringe Frage, wir hatten, ist die Leute misinterpreten, was wir über. So, wir haben eine locales Marketing-Agenheit um uns zu kommunizieren unsere Ethos und Philosophie mehr effektiv. Unfortunately, something must have gotten misunderstood along the way because the results were quite a disaster. Although, the fault lies overwhelmingly with our Partner Agency in this case. As a responsible organisation, we think we should be the ones to apologize and deal with the fallout. So, yeah. We can deal with this and you can go ahead and get back to the shrine. No way. This task was assigned to me by Lady Yai herself. Look. We can clean up together, can't we? Besides, I also want to hear all about this Arataki Gang. It's like she predicted my every move. Alright, fine. The flyers aren't particularly sticky. If we soften them up with water or loosen them up with wind, they'll probably peel right off. Okay. Let's move on. Okay. Let's move on. Okay. Let's move on. I'm the man. Join the Arataki Gang. Uh, how do I put this? The artistic style of your marketing material is very... Ahem. It's largely inspired by the abstract style, which is very popular in Mondstadt right now. And, uh, also incorporates elements from Liyue's ink wash paintings. We paid Tupmora to hire a professional artist for this. Und während das finnische Produkt ein bisschen, ähm, avant-garde ist, ist das genau mit dem Arataki-Gang-Spirit der kreativität und relativ disruptiv zu sein. Ich, ähm, ich sehe. Der Arataki-Gang-Spirit der Kreativität ist, wie ein Sumo-Supremo. Der Arataki-Gang-Spirit, ist er dein Künstler in Inazuma? Ich habe ein paar Rumpen gehört. Ahem, Herr Arataki ist ein Pionierer-Gang-Spirit und der Künstler unserer Organisation. Natürlich, viele unserer Künstler versuchen ihn zu schmerzen. Herr Arataki ist ein Genere und leichter-Gang-Spirit, und ist verletzend, dass er mit kreativen Anliegen kämpft. Plus, das Fakt, dass er ein Oni ist, kann bestimmte Themen ein bisschen schwierig machen. Aber trotzdem, wir haben immer noch das Recht, zu suchen für Defamation, wenn es zu kommen wird. Wirklich? Wow, das klingt schwer. Oh, Mann. Noch hier unten, Leute? Tief? Ah, hier. Oh! Oh, das ist das. So! 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 Was ist denn, wenn du mit anderen Teil des Künstlers hast du und die Wachs aufn? Oh! 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 Wow, the Haritake Gang managed to find staff even more qualified than you. Now that's impressive. Alright, I think this area is looking good now. Let's head down the mountain. Mama, what are you doing here? Shinobu, we're so sorry. We've come to our senses now. We can't let you face the shrine alone. Even though we're still a little scared. Actually, I'm feeling a little weak in the knees. Hang in there, Akira. We gotta do this. We have to go and apologize to her in person. Huh. Akira. Don't worry about them, Miyuki. Let's get down the mountain and clear up those flyers. It's alright, Shinobu. We've already gotten rid of all the flyers down there. Huh? You cleaned up already? But I thought Shinobu and the Traveler were the only ones who came... We came here as quickly as we could after we finished apologizing in the city. After all, this was all our fault. Mamoru, Genta and I were the ones who came up with the idea of the boss designing his own flyers. And we were the ones who put them up all over town and got arrested for it. So, it just seems wrong to make Shinobu face that woman at the shrine all by herself. Mamoru and Genta? Arrested? The flyers were designed by the boss? Uhhhhh... This is their awful ass. What the heck is going on here, Shinobu? Does this mean that the rumors I heard are... True? Yes. Most of them, anyway. So, what happened? Did you get tricked into joining them? If the rest of the family hears about this... Oh, goodness gracious! No. I joined of my own free will. It's not as spectacular as I was making it out to be. But I'm happy with what I'm doing. Go ahead and tell the family if you want. Tell them everything. I don't think being a member of the Arataki gang is anything to feel ashamed about. Even if you drag me back kicking and screaming, you know I'll only find a way to escape again. Uh-oh. I have a feeling we've messed up again. Is she going to turn Shinobu in? Hey! We're the ones who messed up the shrine! Shinobu had nothing to do with it! Where's that other lady? B-bring her out! Go on! She'll... She'll convert what was all our fault! I'm at a loss for words, Shinobu. I really am. Alright, alright. I promise I won't tell anyone at home. Don't worry. What? You're not a little kid anymore. And you're more widely traveled and have met more people than any of us. At the end of the day, it's your choice what you decide to do. And I have to say, the rumors do unnerve me a little bit, but... Look. They came here to support you. Despite obviously being terrified of Lady Yae. Since you've chosen the Arataki Gang, just promise me you'll do your best to make all the things you used to talk about come true. Oh, Sis... W-what's going on here? I don't know, but it looks like... Maybe... We don't need to get that terrifying lady to come and confirm our story after all! Oh... Besides... If even the traveler has decided to join, then the future of the Arataki Gang looks very bright, doesn't it? Hmm... Chief Advisor, if you'd like to discuss the Arataki Gang's future development, let's step to the side, please. Also... Trotz der besorgten und erregenden Bande, ist Miyuki relativ offen und lässt uns sozusagen noch eine Chance und... Und lässt Chinua ihre Freiheit, was sehr lieb ist. So, dann Legendenauftrag und dann fehlt uns nur noch der letzte Ausgang, wo hier oben glaube ich ist, ne? Ja, hier oben. Okay. Also, hier. So, schau ich dann direkt auch hier? Ja, okay. Okay, dann schau ich mal die letzte Entscheidung zu finden. Let's go! Wuhu! Okay, ich nehme mal an, hier wenn... Einfach aufgeben, dagegen zu kämpfen und einfach gestern zahlen und dann ist neu aufging. Very good. You've learned a lot since we last met. True. I could deal with most people if they try to exploit my weakness. Just not her. Okay. I'll be a shrine maiden for a day. But let me be clear that this is for one day only. And one time only. Also, I'm not wearing a shrine maiden's outfit. Not happening. Oh. Well, that's a shame. Hey! Not you too! That settles it then. Now, there are already a few visitors at the shrine. Make sure you take good care of them. I know what I'm doing. Oh, she marched off quickly. So cold. Hold on now. Would you like to be a shrine maiden for a day as well? Ha! Ha! It's my shrine. If I say you're qualified, then you're qualified. Besides, can you really bear the thought of leaving her here all by herself? So you'll stay and keep her company, yes? Don't worry. You'll both receive ample compensation for your trouble. It'll be quite worth the wait. Especially yours, I assure you. Oh, should I take the risk? Huh? Who are you? You're shrine maidens? They sure dress different these days. I suppose this is the grand Narukami shrine after all. I came across a potential business opportunity recently. They say that by financing an overseas merchant ship, you can make a 40% profit on your investment in three months. Several of my friends have already received their returns and want me to go in with them on a bigger investment. For some reason, I was feeling a little unsure about it, so I thought I'd come to the shrine and see what the great Narukami thinks. But the fortune slip I drew is neither positive nor negative. I'm at a loss on what to make of it. Most of the fortune slips in the shrine are pretty ambiguous. Could it be that our god wants me to come back and draw another slip tomorrow? And if the same happens again, then maybe the day after that? If you have all that time to draw slips, why not spend it on learning more about this merchant ship instead? I've heard of a scam where people make up a bogus investment and promise high returns in a short period. In reality, they just use the new investors' money to pay existing investors their profits. Once people see the early investors making their money back, scores of other investors jump on the bandwagon, and then one day the people behind it just pack up and leave with the money. Oh gosh, come to think of it, they haven't given me any specifics about the shipping route or itinerary. By saying it's overseas and being economical with the details, they can filter out the folks who actually take the time to do their due diligence. It's another common tactic used by many scammers. Wow, is that true? Praise be to the Narukami! Clearly she has been watching over me amidst my confusion. Thankfully I hadn't agreed to anything yet. Oh, yes, of course. Thank you, Shrine Maiden. Now that I think about it, I remember receiving similarly sound advice at this shrine in the past. That Shrine Maiden is long gone now, though. It's a real pity. Really? What a shame. But anyway, shouldn't you be getting back now to warn your friends? Oh goodness, yes. I'll go and warn them all right away. Here's hoping he manages to stop his friends in time. Right. There's another visitor. Let's see what he wants. Oh, it seems even a change of scenery won't get the creative juices flowing. Shrine Maiden. Hmm. I guess I could give that a try. Oh, this was the chief editor's idea? Then no wonder it's so... novel. I, on the other hand, am all out of ideas. So I came to the shrine to pray for inspiration. Well, has it worked? N-not so far. I guess I wasn't sincere enough or something. But I'm gonna come back tomorrow. I'm sure I'll stir the heart of our god eventually. Have you ever thought about going traveling? Inspiration comes from life experience. The more places you go, the more people you meet, the more you'll have to share with your readers. It's natural to run out of new material when you're in the same place doing the same things every day. That's true. I haven't gone out exploring in a long time. Actually, ma'am, you look very familiar. Have we met before, here in the shrine? No. You must be mistaking me for someone else. Lack of social contact can easily lead to a deterioration in facial recognition abilities. Seriously? Oh, man. That's it. I'm packing my bags right away. Time to go traveling. Oh, the problem I said about facial recognition? Probably depends on the individual. Hm. Anyway, forget that. We have a new visitor. Let's go greet them. Oh, keep the eye on the side. Okay, so here. Oh. 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 Oh, oh. Oh, perfekt. This lady's granddaughter is going abroad soon, and she'd like to give her an omamori before she leaves. Unfortunately, we just ran out. Could I trouble you to make some more? You should be able to find the brocade bags and knots on both sides of the shrine. For the paper slips that go inside, just ask Maki. Um, I don't think I need to go into detail on how to write the blessing and put it all together. No, I can handle the rest. Hm? Ah? Hehe, thank you, dear. Great. I'll take her to wash her hands first. We'll see you in front of the sacred Sakura when you're ready. Ah, thank you all so very much. May the great Narukami bless you. Hm, so this is where the knots are. Okay, bags. Check. So, and now we'll talk to you, Maki. You need paper slips for omamori blessings? I have a few right here. Oh, but I'm afraid I don't have a pen. Don't worry, I got it. Okay, I'll talk to you, Maki. Let's go give it to the lady. Ah, there you are. Is the omamori ready? Almost. I just need to write the blessing. One second. Okay, ma'am. Please, come and pray over here. Oh, great Narukami. Please watch over my granddaughter and keep her safe on her journey. Ugh. This is a job for a real shrine maiden like Inagi. I wouldn't be suited to it. There are some things that mortals are powerless to control. Sometimes praying to the gods is the only thing people can do. Not to mention that the omamori will mean a lot to our granddaughter. Maybe it'll encourage her to stay safe on her travels? So in terms of the outcome, it's beneficial. The only people I can't stand are the ones who don't think for themselves and at least try to solve their own problems. By relying on the gods for everything, all they're doing is neglecting themselves and those around them. No, that has nothing to do with it. The reason I don't want to be a shrine maiden is that I don't enjoy it. But enough about that. It looks like they've just about finished, I think. Let's go over there and say our goodbyes. Thank you ever so much. When my granddaughter returns next year, I promise to bring her here so we can pay our respects together. You're welcome, ma'am. Make sure to watch your step on the way down. I will, I will. Don't you worry now, I've walked this path many a time before. Oh yes, I don't believe I've thanked you yet, have I? Thank you for the Omomori. I'll make sure that my granddaughter keeps it with her. You're welcome, just doing my job. It's been a long time since we last met each other at this shrine, hasn't it? So, you finally came back? Huh? Uh, I think you've mistaken me for someone else. Oh? Really? Well, perhaps my hearing isn't as good as it used to be. Although this is very strange, you sound exactly like another shrine maiden I remember. She didn't talk much, but I remember her voice very well. Anyway, I hope I can hear your voice again when I return with my granddaughter next year. Yeah, you're right. I once did a stint here as a trainee, shrine maiden. It was arranged by my family. Unfortunately, I have no happy memories of that period. I just remember the way my family would nag me about etiquette and remembering the rules every time I left the house. And how they'd interrogate me every time I got back from the shrine to check that I'd been on my best behavior and hadn't upset any visitors. Not once did I get a simple, have a nice day, or welcome back. I couldn't take it anymore, so I quit. I was determined to be anything but a shrine maiden. So I studied bookkeeping, worked as an editor for a while, even sat for some exams to qualify as a chef. I wear this mask to stop people from recognizing me, because I don't want them to pry into my personal affairs. Okay, enough chitchat. It's time to report back to you-know-who. Mommy-uh-Miko... Huh, good show today, both of you. It was so much fun to watch. Would you be interested in continuing to work as shrine maiden? Or perhaps you'd like to work as editors at the i-publishing house instead? Es wäre ein Schade zu lassen, dass solche faszinierenden Menschen aus meiner Begründung zu lassen. Regrettably, muss ich aufzunehmen, Lady Guji. Die Schrein und Yai Publishing-Haus sind beide fantastische Plätze zu arbeiten. Sie sind einfach nicht für mich. Oh, okay. Achso, dass du dich unter Duress nur die Spaß macht. Hier, diese sind deine Wagen, wie gesagt. Nicht nur ein Mora Short. Wagen? Kein Wagen, Lady Guji. Ich bin heute hier für die Begründung. Oh, keine Angst. Ich habe bereits die Bedürfnisse durch die Begründung von deinen Begründungen aus. Wenn du nicht die Begründung jetzt nicht, werde ich jemanden senden, um das Paket zu der Aratake-Gang zu senden. Jetzt, wer soll ich senden? Miyuki, vielleicht? Ahem. Kein Wagen, Lady Guji. Ich nehme es heute. Gut. Wie geht es dir, little one? Ich glaube, dass du keinen Grund dafür hast. Das ist eher so. Eine weitere Sache. Du musst nicht den Paket öffnen, bis nachdem du den Schrein verlassen hast. Otherwise, du wirst mit schlechten Glück gegründet werden. Okay. Verlasse den Schrein. Okay. Verlasse den Schrein. Da ist wahrscheinlich nichts in hier, aber plain old Mora. Mal schauen. Ja, nur Mora. Hä? Hä? Oder wartet der Lohn. Was passiert als nächstes? Würde es Glück oder Unglück sein? Deswegen lacht Lumin. Es ist ein Bild von, wie Cookie früher ausgesehen hat. Süß. Okay. Damit hätten wir den Hangout abgeschlossen. Haben ein bisschen in der Vergangenheit sozusagen von Cookie geschniffelt. Also nicht geschniffelt. Eigentlich wäre er eher durch Zufall darauf gestoßen. Weil sie ein Proptikum da gemacht hat. Okay. Damit hätten wir alles. Ich finde auf jeden Fall das ist das Geilste. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wir ein Foto bekommen. Wo wir sehen, wie Cookie früher ausgesehen hat hier als Schreinjungfer. Aber ja. Haben wir bekommen. Und haben damit jetzt auch einen Auftrag hinter uns. Und ist sogar relativ schnell gegangen. Also ich dachte, es würde viel länger dauern. Aber wir haben es hinbekommen. Dann würde ich sagen, Dank fürs Zuschauen vom Auftrag. War sehr spaßig. Man hat mich auch manchmal in den Cut-Scenes auch hören. Wahrscheinlich so ein bisschen, weil ich gelacht habe. Ähm. So. Verdammt. Äh. Aber ja. Auf jeden Fall sehr witzig. Und doch unterhaltsam. Und ja. Dann sehen wir uns nächste Folge bei dem hier seinen Auftrag. Uh. Dann sehen wir mal, was Kasa so macht gerade. Keine Ahnung. Ich kann es euch nicht einschätzen, was da vor Ort. Ahja. Fun Fakt. Wo ich überhaupt die Folge jetzt beende. Äh. Was. Vielleicht. Will ich auf einer der Stress viel zu spät gecheckt hat. Aber jeder. Da ich hier ist, ist ein Forster. Und jeder wo hier eine Story Quest hat. Wir sind fünf. Das habe ich erst vor kurzem bemerkt. Ich habe das gar nicht bemerkt erst, dass das so aufgeteilt ist. Das ähm. Das die Five Stars äh. Äh. Oh. Oh. Pass auf. Äh. Ich habe gar nicht gemerkt, dass die Five Stars äh Legenden Quests bekommen. Und die Four Stars immer Hangouts. Das habe ich gar nicht bemerkt am Anfang. Aber ja. Dann äh. Dank für's euch schon. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschööö